Einen wunderschönen guten Tag gewünscht da draußen, mein Lieben. Marlen hat sich heute freigenommen und ich weiß gar nicht genau wofür. Ja, ich wollte ja eigentlich zum Kudamm, aber scheiße Wetter. Wer hat diese Pisse hier eingeräumt? Marlen, bitte drück dich anders aus, meine Güte. Scheiße hier! Nicht cool. Zeig mal deine hübsche Haarspanne. Von wem ist die? Von Bourget-Bourget. Das ist nur eine Kuh, ey, das ist meiner. So. Räumst du jetzt auf? Nein, das ist deine Aufgabe. Räumst du dich denn hier hin? Lass doch meine Arbeitsplätze. Ach so, ich google jetzt mal ganz kurz nach dem Rezept von den gefüllten Tortilla. Das wird doch keiner essen, Alter, den Schmutz. Guck mal da. Von den gefüllten Tortilla-Wraps drin und ähm. Ja, dann räum mal auf korrekt, aber mit mir noch den Geschossspüler aus, ne? Sonst. Ja. Sehe ich aus, als wäre ich korrekt? Über uns, als sehe ich sie aus? Nein. Ja. Schönen Applaus geregelt. Bye. Ja? Ja. Du siehst dich ja kaum, oder? Hi! 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 Äh, äh, äh. Setz dich mal hin. Hinsetzen. So, guck mal. Da. 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 Sag mal Dada. Was ist denn Dada? Warte so. Dada, guck mal. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. baby macht aber richtig spaß mit die büscher zu wischen man muss sich halt echt darum kümmern dass der du zauberst du dir was runter malu 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 guck mal hier ja ich mache jetzt mal hier schnell die kette fest die machen was die jetzt besser hält beziehungsweise weil es einfach fällt. Die Katzen ja hier einmal dran gehen. Was denn? Hab ich ja gesagt, hast du den Kopf gekriegt. Alles gut. Wer hat's runtergeschmissen? Nara. Manu. Ich hab sie hochgenommen. Bisschen Haushalten macht sich von allein, sagt der Mann. Ich hoffe es. Ich hasse es so sehr. Ich hasse es. Ich hasse es so sehr. Könnt ihr ja mal sagen, wann ihr den Haushalt vermacht und ob ihr das mögt. Ha, ich kann's mir fast selbst verantworten. Büssig. Wollen wir das mal machen, ne? Diese Scheiße macht sich ja leider nicht von allein noch. Muscht sich leider immer wieder feststellen. So. Ich hab heißes Wasser benutzt. Witz. So. Jetzt hab ich die ... ... ... ... ... ... ... ... Marius, du ziehst dich bitte jetzt aus. Hast du deine Zähne geputzt? Ja, meine Mama hab ich doch gerade schon da. Aber du hast deine Zähne geputzt und danach noch ein Stück Schokolade gegessen. Habe ich das jetzt richtig mitbekommen? Nee, aber das nicht. Hab ich? Ja. Dann frage ich mich, was bei dir nicht richtig läuft. Äh, ich verbräuchte die Zähne. Nee, das zählt dann nicht mehr? Mann, ey. Weil du ja danach noch mal Süßigkeiten gegessen hast. Ja, nein. Bitte was? Das wäre alles cool. Nee, es ist nicht gut. Möchtest du das mal den Zahnarzt morgen fragen? Möchtest du das den Zahnarzt morgen mal fragen? Nee, möchtest du nicht eigentlich so gerne? Morgen ist ja nicht großer Zahnarzttermin. Kannst gerne zählen, aber putzen beide mal meine Zähne. Du weißt, dass morgen deine Zähne kontrolliert werden? Nein, die werden ja alle rauslaufen. Was? Die werden ja alle rauslaufen. Warum sollte das passieren? Weil ich dafür dann kein fahrtes Essen mehr essen kann. Weil ich kann die Zwiebeln mehr essen kann. Was schlaberst du da? Ich muss meine Zwiebeln essen. Ich muss meine Zwiebeln essen. Äh, sie sind nur noch so der Kübeln. Das ist gut. Das ist vielleicht ein oder zwei Tage. Danach wirst du das nicht mehr essen wollen. Was? Welche Suppe? Welche Suppe würdest du mir denn machen? Machen. A-W-C ist mit einer Suppe. A-W-D, D-D, D, D, D R, D, H, N, L, L, F, L, N, O, V Okay, jetzt hat Matthias hier schon gesaugt, was natürlich sehr intelligent war. So, warte, ich muss die Überlegung hier aufmachen, einmal der neben mir nicht, aber der vor, der neben mir sitzt, der neben mir sitzt, der neben mir nicht. Ja, so, ne, das macht, der macht das ganz oft, der macht das ganz oft, der macht das ganz oft. Schalten wir gerade überall hin zu, haben die mir gerade alle zugehört? Bestimmt. Oh, Lutsch, ich habe hier ausgewandt. Jetzt muss ich oben hier abbrechen. Okay, jetzt weit. Das ist der Küchenschrank, der... Bitte stellen Sie das Gerät zur Selbstreinigung auf die Ladenspastion. Ladevorgang gestartet. Vorbereitung des Kultranks startet der Selbstreinigung. Okay, hier der Schrank, das ist natürlich auch ein bisschen anstrengend, aber da soll wohl jetzt jemand kommen. Da ist so eine Schiene kaputt. Mal sehen, kommt der Schrank immer raus. Wohl nervig. Jetzt habe ich die Küche sofort fertig. Das Ding hier noch, die Erdbeeren, das ist aber okay. Du sollst den für den Tag bezahlen. Nein, den Wassertank soll ich machen. Gut, jetzt ist... Was ist jetzt hier mit deinem Eilrahmen? Ja, das kriege ich gleich auf einem Stück ganz auf. Dann hau rein. Ich gucke jetzt mal hier nach meinen Lagerprodukten. Das waren zwei Stück, die du hattest, ne? Hä? Guck mal, ob ich jetzt schon wie viel Galerie habe. Galerie. Galerie. Guck mal, wie viel Strom macht das. Eine Galerie. Eine Galerie habe ich schon gemacht. Guck. Guck. Guck, gib aus. Huh. Gefällt mir gut. Guck. Die fahre mich gerade alle an. Wow. Hast du ja etwas vorgemacht, ne? Ja. Das hier will ich ganz... Äh... Mach das mal. Ähm, ich habe da jetzt... Nur meine Nagelpfeile gefunden. Den Lack... Überlack... Nagelentferner habe ich nicht gefunden. Äh, könnten Sie mal bitte die Musik ausmachen? Ähm, da muss ich also mal gucken. Ich glaube im Badezimmer. Badezimmer? Badezimmer? Mit Marc. Hä? Wieso? Ich glaube die, ähm... Matthias ist mit... Der weiß mit sofort, was es ist, Mann. Alter, was ist das objektiv so lang? Das ist nicht gut. Du hattest auch so objektiv mehr. Ach, nee, das habe ich auch schon gesagt. Aber ja. So, ich suche mir jetzt mal hier ganz kurz meine Sachen zusammen. Das brauche ich zum Beispiel. Ich brauche zum Beispiel diesen Nagelhautzahn. Kann ich die Kamera dabei anbleiben? Ja, und kann man machen. Wow, ihr seht wieder mehr und, ähm, man konnte das, die Kamera nicht dabei anlassen. Warum früh muss ich eigentlich schon wieder voll früh loshotten hier? Weil die kleine Maus ja nochmal geimpft wird. Das ist ja schon wieder alles so toll hier, das ist schon wieder alles so toll. Ich habe jetzt keine Ahnung, ich weiß nicht, wo mein Nagelentferner ist, den ich brauche. Aber ich weiß auch nicht, wo der Topcoat ist, den ich brauche. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass Mare ihn gefunden hat. Aber das gucken wir uns jetzt gleich mal an. So, ich bin heute mal ein bisschen mehr geladen gewesen, den Kindern gegenüber. Manchmal läuft das hier so überhaupt nicht, wie es laufen sollte, dass ich dann einfach mal teilweise durchdrehe. Aber es muss dann sein. Oder, Matthias? Was? Wenn ich so einen Rappel bekomme und ausraste, dann ist das so, oder? Was? Bin ich dann am Unrecht? Nee, oder? Nee. Eigentlich nicht. Oh nein. Die Wasserflasche unten vergessen. Dafür müsste ich auch nochmal ein paar bestellen. Ich mache doch immer Wasser selber. Mit so einer Mitte heißt das. Mitte, ja, Mitte. Mitte, keine Ahnung wie. Und ich mache bestimmt am Tag drei Flaschen Wasser, oder so. Mit einer, mit zwei Flaschen. Das ist schon nervig. Was? Ich packe mich mal meine Hände oder meine Beine an. Warum? Ich packe mich mal an, wie du übelst warst. Warum? Ja? Warum ist das so? Weil, wenn wir im Flaschen zwei Flaschen gelegen haben. Guck mal her. Hier. Ich packe mich mal an. Guck mal an. Guck mal nach oben. Ich packe. Mach einfach auf. Nee. Ich packe die Stafel nicht. Nicht, nicht, nicht. Nicht, nicht. Ich packe mich mal an. Ja, ich packe mich mal an. Ja, ich packe mich mal an. rein warm. Bitte? Aber nicht morgen früh trinken, mein? Nee, morgen früh muss ich erst mal fragen, ob ich das iPad mitnehmen darf. Und dann sagst du wahrscheinlich ja. Das guck ich mir noch an. Und dann nehme ich es mit. Jetzt gehst du erst mal ins Bett, okay? Okay, okay. Jetzt trinke ich hier mein Zeug mit Magnesium und Entsäuren und sowas. Gute Nacht. Ich hab ihn schon mal ins Bett gebracht heute. Jetzt setze ich mich hier hin. Matthias macht jetzt hier eigentlich mal irgendwas an. Machen wir jetzt meine Nägel. Und dann kann ich hier halt Fernsehen gucken, perfekt. Mit meinen Nägel machen und auch hier zehn Minuten sitzen bleiben. Damit die Nägel trocken sind. Das ist ja mal so eine Sache, ne? Achso, nur, dass du schon mal Bescheid weißt. Marleen ist jetzt auf dem Weg nach Hause und holt sich jetzt noch mal ein Brokkoli, weil sie sich hier gleich noch ein paar Nudeln aufkochen muss, mal früh für die Arbeit, ja? Das, was du gehört hast, so. Genau, Marleen nimmt sich meistens was zum Essen mit. So, ich muss jetzt auch noch eine Story hochladen, habe ich gerade gemerkt. Die Kamera mag die Lampe nicht und sagt mal, sieht man dich dich da? Ne, man sieht dich nicht. Okay, jetzt muss man die erste Story hochladen und dann mache ich mal eine Nägel. Zeit wird's. So, was machst du hier? Ich mach uns was zu essen. Und die geht mir alle tierisch auf den Pipkel. Mullen und Sahne-Brokkolisaufe. Ich mach mir hier nebenbei einen kleinen Pfannkuchen. Ja, von mir. Wow. So, jetzt holt ihr das hier schon, jetzt halte ich das hier gleich rein. Ich bin ungefähr, boah, meine erste Stimme am Morgen. Ich... Was hat sie sich denn hier bei ihr gedacht? Ich bin vor 30 Sekunden aufgestanden, ungefähr. Und habe gesehen, dass Marleen irgendwie... ihr Essen hat draußen stehen lassen, was eigentlich für die Arbeit ist. Ich habe da jetzt ein Schuss Milch mal gemacht. Damit das nachher... irgendwie wieder auseinander zu bekommen ist. Oh, muss ich mal gucken. Keine Ahnung, ist nicht mein Business. So. Habe ich das nicht gestern gerade erzählt? Das ist ja der Wahnsinn. Wie viel Zeit ich in der letzten Zeit vernehme. Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Wie viel Zeit ich in der letzten Zeit vernehme. Das ist ja die Wassermaschine, ey. Eigentlich hätte ich schon vor einer Stunde aufstehen sollen wollen. Aber... Ich bin jetzt aufgestanden. Um sieben. Es sollte eigentlich um sechs werden. Ich gehe jetzt nach oben. Ich mache mich jetzt noch fertig ganz schnell. Ähm... Weil ich jetzt gleich zum Kinderarzt muss mit Malou. Und dann... Guck ich, ob ich mich eingecremt habe. Ach ja, meine Augencreme. Ja. Genau so sieht es aus. Also ich muss mich jetzt ein bisschen ranhalten. Weil auch in einer halben Stunde kommt der Heizungsbauer oder so. Der Sanitärmensch. Sanitär macht ja dann auch Heizung, ja? Fettmacher doch. Hm. Okay. Ähm... Ach, das mache ich mir gleich. Ja. So. Jetzt... Ich muss mich erstmal schnell sortieren im Gesicht und dann... mit meinen Mini-Modulern, die... zu Kinderarzt fahren. Und heute Abend ist dann Zahnarzt. Mit allen Kindern. Ich hoffe, Marlin schafft es pünktlich. Ich werde die gleich nochmal schreiben. Habe ich jetzt hier irgendwas vergessen? Ne, ne? So. Ich muss mich jetzt fertig machen, sonst komme ich zu spät. Wenigstens das Gesicht. Der Rest ist erstmal egal. Aber Gesicht ist jetzt erstmal wichtig. Ich... Ich würde sagen... Ich verabschiede mich jetzt hier und fange gleich ein neues... gleich ein neues Video an. Würde ich sagen. Hier scheint so schön die Sonne rein, ne? So. Das heißt, hier kommt man zu euch. Bis mal um 18 Uhr. Hadi, tschüss.